jetzt läuft meine aufnahme auflade alle 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 meine aufnahme hat sehr gut geklappt ich lasse das werden keine angst ich auch werkbank stufe 5 ja mir war langweilig wo habe ich es denn hier ja wo habe ich denn wo ist mein licht welches licht ein kopf licht keine ahnung ich habe kein kopf licht mehr du hast kein kopf licht mehr dann geht ja kein lämmchen auf wo du weißt dass ich diese folge unleidlich werde oder kann sein aber ich habe hier einen steinofen kommen wir können pizzer backen du hast meine bank weg gemacht ja ich wollte kommen mit kommen leise chantal ich suche uns meine lampe hier kommen mit sucht eine schlampe später wo hast du meine schlampe lampe eingepackt so sehr später gefunden ich habe aber ich habe den gürtel nicht an warum habe ich nicht an das wird ja wieder eine folge ich habe meine lampe gefunden so am ersten lichter warum glaube ich dann ist die q taste mittlerweile habe ich herausgefunden ich bin in unserer bescheidenen behausung burg nennen was burg keine ahnung mir war ja langweilig die woche ein wenig sie über langweilig die woche ein wenig ja ja das sind probleme die haben wir das habe ich auch schon gefunden wo bist du hier gelandet oh ja da ja da müssen wir gleich auch noch hin da müssen wir gleich auch noch hin weil da habe ich noch ein kleines attentat auf sich vor und da dauert ja wieder bei dem es lull das richtige jahr logo richtig ja lol war ich jetzt ich habe letzte woche zu viel noch mit dem herrn spielkind gespielt kommen sie mit reinkommen rein werden sie genauso beschissen wie nehmann bei meinem siehst dinge ich sehe den herrn wird nach das war der falsche er sieht dinge er kann gucken er hat augen ja das war die taste dann muss ich dann kommt du hast uns noch tanne vor das ding ist gesetzt das wollte ich sehen die schose weiß sie wie lange die tanne da schon steht jetzt ernst auf die steht mindestens seit letztes jahr november da und die ist jetzt erst aufgefallen ich habe mir sehen du ich bin noch nicht fertig ich bin noch nicht fertig ja ich muss noch anheben das ist funktioniert noch nicht die bank ist zu schwer für mich warum kann man nicht zu zweit auf einer bank sitzen das ist nicht kann man doch dann kann ich mich nicht umsetzen ich fand das hier richtig wunderbar und dann haben wir hier den eingang in die links jetzt bin ich in der grabkammer ja tschö ist hier irgendwas hatten wir die schon die hatten wir schon ne ja die hat man schon langweilig ja ok ja dann gehen wir hier hoch hier hoch genau hier hoch hier rein dann setze dich da auf den stuhl große hat doch was oder und hier wahrscheinlich kochen die beiden von oben hatte ich mir so überlegt und dann hier die regale hin habe ich mir so gedenkt die sind leer und die burg die wird schon gerne hier hinter irgendwie setzen keine ahnung weiß noch nicht irgendwie auch ein plateau oder so mit zigtausend verwinkelten wegen und so was wir schon vorbeigeschossen haben gehen also du willst du quasi von da hier rüber versetzen ein bisschen ich hatte auch schon überlegt die quer hier rein zu stellen dass die treppe dann quasi hier runter geht so da wo ich jetzt lang laufe ja die kann man ja schräg sitzen ist ja nicht das problem ja ja aber ich habe zuerst ein anderes attentat auf die schule ist halt wir müssen das irgendwie eben kriegen und auch groß genug ja das ist halt ne aber ich finde den platz nach wie vor hammer geil was war das der grüne blitz vielleicht auch gift aber irgendwie fehlt mir hier was ein berg ja leider gottes ja ich hatte schon überlegt hier die bäume abzureißen und selber einen rein zu prügeln einen berg weil wir haben ja hier hinten irgendwo irgendwo haben wir ja noch den so hoch kannst du ja nicht braucht geht schon geht alles ich hatte auch schon überlegt hier mit dem war die scheiß kuh taste ne umlegen nein weil wir haben ja hinten ist ja noch der fluss da könnte man ja auch noch einiges machen irgendwie fehlt mir hier der berg irgendwie ist das hier so was denn hätte das nämlich hier unten als hafen nehmen können ja das hier wurde an die schiffe drin parks ja und es sind alles sachen da bin ich ganz ehrlich die wirtschaften erst machen wenn wir sag mal ja gut gelegt haben ja und danach auf die updates oder so warten ja weil alles andere macht sonst das ist dann etwas wurde dann auch sagen kannst wir können auch mit mods weiterspielen und quasi in kreativ modus gehen was ich gar nicht so schlimm fände und hast das spiel einmal durch bis zu dem zeitpunkt haben wir ja dann noch nicht es fehlt halt nur die mods und ich habe welcher richtig verstanden habe für die käfige im gebirge musste die in patch runterladen was für käfige eigentlich hast du hast sie noch nicht gesehen meinst du die die höhlen es gibt jetzt im gebirge gibt es werwolf werwolf höhlen ja genau mit fledermäusen drinnen ja richtig und ulf ist auch da drin und wer ist ulf steht bestand in den patch raus dass es da drin ulf gibt ulf ist und ich glaube das ist eine der wehrwolf der feuer spuckt kann soll ich von aus welcher richtig verstanden habe muss sie dafür im patch runterladen wir sind die sachen sind noch im experimental und darfst du noch nicht und also solange wir nicht auf experimente gehen ja also das ist halt nur aber wie gesagt ich habe ja ganz anderes heute vor die kiste ist leer die ist so leer dazu leer ist zu erklären warum da leer dran steht ich habe nur noch 31 feile vergehen erst nach hause weil wir müssen zu hause aufklagen zumindest auffüllen weil ich habe ja heute ich habe was gefunden ich habe angst braun brauchst du nicht spiel hallo was los ein spiel ist gerade minimiert so dass die kann ich auch nicht mit leben dann bleiben sie liegen dann bleiben sie liegen dann bleiben sie liegen die tanne die steht schon ewig hier kann man das nicht nach einpacken dann kann ich mich bei den taschen auch eben leer machen so steil und das kann ich alles hier lassen kommen kommen jetzt pack mal hier raus das raus dass das sie können auch hier die was der vorhat du hast keine ahnung was ich vorhabe hat sie zugleich ich habe echt keine ahnung was ja keine panik muss jetzt auf titan so nehme willst du vorher informiert werden und ins kalte wasser geschmissen zu werden das wird hier einen unterschied machen würde ja erstmal erstmal sortiere ich meine sachen ein wow dass ich das noch miterleben darf was ist passiert ich habe ja nicht gesagt dass ich es richtig ansortieren ja das macht mich so klar ich war mir so klar was soll ich nehmen ich mache erst mal neue pfeile ich hatte hauptsächlich hatte ich ob sie die pfeile ich habe aber letzte woche habe ich die feuer pfeile die hatte ich gebraucht du wirst aber gleich sehen warum brandschatz und brandholung ich habe kein holz mehr hier ist auch keins mehr drin ja egal egal 20 federn haben wir noch jede menge zu essen am besten also essen wäre echt vom vorteil wobei die reise wird auch die worte ach eigentlich geht es davon nehmen drei mit ich informiere dich ok ich würde gerne heute so ein ganzes goblin dorf auslöschen weil wegen die sind mir zu nah an dem dran was wir brauchen wenn man das so sagen kann ich zeige dir aber gleich warum hallo norman Hallo norman wie geht es dir der ziehen wir mal an was sagen denn meine ganzen zwiebeln ei 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 alter vater 140 zwiebeln ja die heb ich aber gleich erst auf also zwiebeln haben wir auch tonnenweise und jetzt komm ich habe angst aber auch sie werden alle sterben also zahlbäude werden ja also das ist ein versprechen das ist kann ich euch auch ruhe getroffen werden wir alle also zur information der turm warmer heile okay bevor du jetzt los rennst lasst mich mal kurz was machen oder was ausprobieren ob ich das hinkriege was hast du vor springen nicht runter das geht geht in die hose ob ich das hier jetzt vernünftig ein ich weiß ich habe in der aufnahme habe ich das hier oben hallo hat machst du das schon wieder jetzt habe ich angst du siehst davon nichts aber ist einfach nur dass ich das schon mal direkt im anzeige ich habe oben in der rechts in der ecke jetzt eingeblendet dauer sterbe sendung wow wow was wow was wow kaum zu mit wir gehen rötchen tata und wir gehen mal wieder nachts wie sich das gehört wir lernen auch nicht dazu feuerpfeile brauche ich so so was und ein bisschen viel angst viel angst na so schlimm wird es nicht das sagst du ja das problem sind halt ach du wirst gleich sehen du wirst es gleich sehen das sagst du jetzt ja aber du wirst dann auch meine bewegt grunde dahinter verstehen ich will gar nicht wissen was dich alles so bewegt ich will gar nicht wissen was dich alles so bewegt ich will vielleicht erst mal komm her ich höre skelette fliegen da hörst du richtig wir tun wir tun wir mal heide das war wahrscheinlich der troll den ich dahin gelockt hat passiert ist das hier vorne ich sehe was jeder war ich ja schon dann ist ja nur das baumpunkt von dem jackelt nein das ist einfach nur wo der ist ja ja sag ich doch sieht aus wie stonehenge ohne hänge und passt auf komm mit schön hier eben schön versteckt im dunkeln bleiben schön verdunkelt im steckt bleiben guck mal ja das ist ja google ja das problem ist ein goblin dorf dahinter ne feuerfalle bitte da war was das habe ich vergessen danke ich habe auch kein giftdings mit ich bin bei 28 das problem ist ich würde gerne das goblin dorf auslöschen aber ich lerne gerade die ganzen sachen damit wir die grube leer machen können weil die musste nämlich zum leer machen musste die einmal leer laufen lassen ich weiß ich weiß ich weiß ich weiß und dann ist halt das problem ist halt ein goblin dorf ne oh shit oh shit ich weiß aber auch hier der monster die kuppert die vertragen sich nicht das ist halt ne die sind das funktioniert nicht du könntest also mit diesem der blogs in der goblin dorf rennen weil der tier ist stärker als die goblins das problem daran ist nur nachher die grabsteinsuche und du verstehst jetzt worauf ich hinaus will du willst das dorf wegkriegen damit wir da dran kommen genau ich war nicht nah genug dran ich habe das gefühl dass diese sehr gut keinen mehr hat ein sehr blub ich habe mal ganz dunkel komme ich doch hoch eher nicht auch ich weiß auch nicht was passiert wenn wir jetzt hier einfach zu buddeln anfangen das werden wir herausfinden pass auf du buddeln ich guck weil die musste komplett leer laufen lassen ich weiß ich scheiße zum kotzen stein ernsthaft hier ist doch nicht wahr da ist ein stein da ist ein stein ja oh fuck oh da sind dann viele da sind dann viele ja da kommen welche oh fuck und da kommen auch schon direkt die die oh 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 ich bin so gut wie er tot wow ja ich habe es euch ja versprochen ähm äh da ähm nein da oben da oben Ich würde auch sagen, weitere Spielchen gucken wir uns in der nächsten Folge an. Ja. Bis zum nächsten Mal.